so meine freunde damit herzlich willkommen wir schauen uns den portland shop an und wir sehren sehr ihr seht noch zwei tage 13 stunden so ich denke mal dass die ganzen deadpool sachen noch da sind brauchen uns ja nicht noch mal angucken wie gesagt holt euch den roller definitiv so schatten boxer das ist schon cool 4 stück hast du dafür keine lust doch kleins so wow der ist fies wie cool sind immer so 4 stück ist geil der ist noch nicht was ist das für eine zahl da hinten drauf verändert die sich ja die kleine zugleiter mach ich halt gar nicht nicht mal die waren neu der ist böse heute kriegt man immer so drei vier charaktere also so stil in allen links den finde ich schon ja wäre cooler wenn der kopf nicht so rund wäre sondern ein bisschen mehr wirkst so wie das tier ist aber das sind coole sachen dabei auch die zwei tänze für 200 finde ich nicht verkehrt definitiv leute ich freue mich noch zwei tage und 13 stunden dann können wir endlich wieder fortleid spielen ich habe bock edin vielen dank für uns haut auf aus bis zum nächsten mal und ciao ciao